Kreisliga-Legenden Hallo liebe Kreisliga-Legenden da draußen, hier ist wieder der Saschi und der verqualmte Tobi. Wir haben ein neues Adventskalendertürchen heute mit dem Buch Kreisliga-Legende und ich lese wieder ein Stückchen aus dem Buch vor. Pass auf, eine Passage. In meinem Kreis kennen mich mehr als den Geschäftsführer von Mercedes. Das schafft nicht jeder. Bei uns wird ja nur Magirus-Dolz gefahren. Was wird gefahren? Traktor, Magirus-Dolz, der Mercedes unter den Traktoren. Achso, ja genau. Na gut, also das Buch auf jeden Fall mal reinschauen. Kreisliga-Legende, die Links und die Beschreibung, die finden wir in der Beschreibung und den ganzen Kram. Ich sag, Cheerio Miss Sophie. Kreisliga-Legenden 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 b